Hey Leute was geht ab? Es geht heute um das Video was Bibi heute hochgeladen hat und ich weiß schon um was es geht aber wir werden uns jetzt mal zusammen nochmal anschauen das heißt Chainser Also schöne Aufnahmen hier im Wald Puls am Baum Ja die hat es heute hochgeladen und es hat glaube ich mittlerweile schon 1,9 Millionen Aufrufe also schon hart nach ein paar Stunden Ja, wunderschöne Blätter Eine Spinne Man sieht ja auf jeden Fall dass die zwei sehr glücklich sind Also ich weiß schon um was es geht in dem Video Sie tut ihr Geheimnis lüften heute in dem Video Auf jeden Fall die Melodie ist auch schön dazu schöne Aufnahmen Also man sieht schon dass Julienko an ihr Bauch gestrichen hat und auch anfasst und küsst Also dann müssen wir jetzt schon verstehen was sie mit dem Video jetzt meint Ja Bibi ist schwanger Na dann auf jeden Fall Ciao